Oh, ich habe hier noch andere, Spezialist, oh, Sekundär Ambrust. Zack! Hey, der Ecke ist einer. Warum habe ich mir die Klasse ausgewildert? Warum habe ich mir die raus, sofort rausgeklasse. Die direkt. Kannst ja mal ganz schnell klicken, dass ich da mit der Schrotflinder abgehe. Ich blick ja gar nicht durch, ich liebe Schrotflinder, aber jetzt ist hier irgendwie... Schrotflinder nicht so angesagt, finde ich. Boah, stellenweise ist das schon sehr langsam mit dem Zielen. Die Geschwindigkeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da ist einer. Nein, das ist meiner. Was soll das? Junge, du willst Snipern? Du willst Snipern? Nein, ich habe ihn getroffen, ey. Ich habe ihn aber getroffen, doch. Ich stelle mal auf 5. Ich stelle mal auf 5, ob mir das vielleicht ein bisschen was hilft. Oh, direkt mit Akimbo? Die Drohung neutralisiert! Nein! Boah! Ich habe aus Versehen L1 fürs Zielen gedrückt, aber diese Akimbo hier gibt es ja kein Zielen, so gesehen. Oh Gott! Ich und Snipen, weißt du, ne? Ich kann es überhaupt nicht. Ja, Mann! Wer kann es nicht? Fick dich, Alter! Nur... Erste Freistaltung, Junge. Drone, direkt für meine Homies. Ich drehe voll am Rad. Nein! Mann! Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Bock. Es macht auf jeden Fall mehr Bock als... MW3. Lass mir doch mal den Spaß ein bisschen zu snipen, meinst du? Ich weiß, ich weiß, Akimbo-Loop und so, ist mir aber scheißegal. Aua, Aua, Aua! Aua! Jürgen, nein, lass mich leben! Aua! Wo sind die? Wie komme ich hier hoch? Hier war doch gerade einer. Hm? Ich hab die nicht gesehen. Boah, bin ich... Oh Gott, ey, Junge, Mr. Blind. Ist vorbeigelaufen. Soll ich mal quickscouten? Nein, Spaß. Hunter, Killer Drohne eingesetzt. Ladung scharf! Ja, also, äh, ne Nummer höher stellen, die Geschwindigkeit ist ganz gut gewesen. Weil ich bin ja sonst eigentlich nicht so, dass ich so schnell ziele und so weiter. Das ist bei mir standardmäßig immer langsam. Aber so, 5 ist ok, gerade. Da war einer. Soll ich den wegsnipen? Da war doch gerade einer. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Ich sollte mal beim nächsten Mal sterben, äh, die Klasse wechseln. Das ist gar nichts. Das ist... Das ist überhaupt keine Map für snipen. Die Krone nähert sich. Muuuh, Junge. Aber ein real Sniper kannst du auch in diesen Situation klären. Jetzt, das war dumm. Wurde ich jetzt mit, äh... Ja, ok, die war auch geil geworfen, muss man sagen. Scheiße, Mann, ich wollte doch... Äh, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das haben wir noch nicht ausprobiert. Was war das denn, Junge? Bin ich bescheuert, oder? Was haben wir denn, wie das denn? Also, die Akimbo muss man ganz ehrlich sagen... Ähm, so wie die G18 oder sowas, zum Beispiel, oder was weiß ich, was es noch für Akimus gab, ist auf jeden Fall nicht so overpowered. Das ist echt in Ordnung, finde ich. Habt ihr ja gesehen. Wenn ich die Kills gemacht habe, dann waren die wirklich direkt neben mir. Ich glaube, die kommen da durch. Soll ich mal warten? Du Eschloch, du Eschloch, Junge! Boah. Oh Gott, kein schnelles... Keine so Fingerverhältigkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, du machst gerade richtig Bock. Du machst gerade richtig Bock, das hättest du nicht gedacht. Und ich spüre gerade noch alleine, weißt du? Da war doch da eine. Öh, was ist das denn? Ich glaube, wenn wir mal weiter, wollen wir nicht die ganze Zeit campen hier. Die feindliche Drohne nähert sich. Nein, stirbt, wie Schweinehund! Boah, nee, ey, die... Die erste hatten wir doch schon mal, ne? Von hinten, boah. Du Arschloch. Boah, den habe ich aber noch mies gegeben, ey. Kleine Sackratte, du. Fuck! Den habe ich natürlich wieder scheißen gemacht. Scheißen, Rigg, Alter! Das ist ein Abschuss! Scheißen, du hast du nicht geworfen, ey. Ich bin so blöde. Was war das denn jetzt? Die Ausrüstung wurde zerstört. Die Sau. Verbündete Drohne nähert sich. Mann, bleib stehen, ich will dich messern. Warum ist der jetzt nicht gestorben? Warum ist der jetzt nicht gestorben? Habt ihr den zweiten gesehen? Hab ich den nicht auch dick gegeben, eigentlich? Immerhin wieder im Plus. Mehr muss ich nicht sagen. Weißt du, solange ich das halte... Es macht gerade richtig Bock. Es macht gerade richtig Bock. Das ist meine Spritzpistole. Sieht ein bisschen zu selbst zusammengebastelt aus. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ja, 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 Junge, schnell. Klasseneditor. Und dieses eine Klasse Selbstständigkeit. Was war das andere? Geschützt gegen Systeme. Äh, blulululululululululululul. Okay. Nehmen wir das, das hört sich cool an. Gewandtheit. Schnelles Ziel nach einem Sprint. Schnelles Überwinden und Klettern. Sprinten sie länger. Und hier ist aus. Ich glaube, du willst mich verarschen. Habe ich nicht alle stumm gemacht, außer... Achso, das muss man immer wieder machen, wenn neue Leute reinkommen. Alles klar. Granate, Handgranate, Handgranate. Passt schon so. Ach, haben wir direkt zwei davon? Joa. Ich glaube, das ist okay erstmal. So, vielleicht schaffen wir noch eine zweite. MP7. Ja, MP7. Leichtigkeit. Blinde, Überwache. Was ist das denn? Nein! Naja, egal. Wir haben eine Klasse, die probiere ich jetzt direkt mal aus, ob die scheiß ist oder nicht. Eigene Klasse, da oben. Ich weiß ja nicht mal, was das für eine Waffe ist. Stummgewehr, klar, aber wie die ist, mal sehen. Boah, wo kommen die denn? Ach, hier! Werfegranate! Ja, alles klar. Boah, wie ich solche Maps hasse, Alter, die so mies verwinkelt sind. Zumindest scheint mir dieser Abschnitt da in der Mitte grad, so. Werfe eine Granate! Jao, Junge! Alter! Was haben die für Reflexe, Alter, das gibt's doch nicht. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Okay, das gefällt mir, das Stummgewehr. Oh, ich bin hinter dir. Buddy, ich bin hinter dir. Das ist dein Abschnitt! Peps, Junge, ich unterstütze dich. Keine Sorge, Junge. Oh, da kommt eine Granate angeflogen. Geh mal weg, ich geh irgendwie andersrum. Boah, die gefällt mir. Boah, ist die geil, die Waffe. Drohne, Jungs, für euch. Na los, na los! Leer! Komm doch, komm doch, komm doch. Beps mit der Pistole, du Schwein! Boah. Direkt auch noch eine Herderin gehen. Auf die Beine und Verwägung! Wie ne Gesichter! Wir haben den Vorteil errungen. Ne, bei dir! Warum ist er auf mich gegangen? Warum ist er auf mich gegangen? Ja, also, ja, komm. Wir wissen es warum, aber wir wollen es jetzt nicht aussprechen. Wir verlieren diesen Kampf. Leute, ey, wenn ihr hier hinten gammelt, ey, dann kann das nichts werden, weißt du. Ich geh auch rein, obwohl ich die Map nicht annähern kenne. Wechsel das Magazin! Granate, alle weg hier! Wo ist die Sau denn? Scheiße, Mann. Junge, wie die so messert die mich immer. Schweinehunde kämpft wie ein richtiger Mann ohne Messer, sondern mit Waffe. Das ergibt gar keinen Sinn, aber... Hä, wo bin ich denn jetzt? Auf welcher Seite der Map bin ich denn jetzt? Da war einer. Aua! Verdammtes Blenden, Mann! Das kann ich aber auch. Oh mein Gott! Krieg ich eigentlich ein bisschen Unterstützung von meinem Team? Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich.